Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Iored war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Du Made! Mir kommst du nicht davon! Oh nein! Ich finde dich! Ich verspreche's! Schon wieder einer. So. Zack! Kannst du das? Upsa! Tschuldigung! Muss ich die eigentlich verhören? Da haben wir noch was zum Aufsammeln. Herrlich. Ähm, wir wollten jetzt diesen Bogensymbol. Hopp! Ach, da ist's doch. Hier kommt ein Elb! Das war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Toll. Aber es ist trotzdem nett. Für die Uruxen-Kopftrecher. Ähm. Ja, wie? Du bist noch nicht tot. Was zur Hölle? Entschuldigung. Alter, wo kommt der schon wieder her? Ich werde dich immer wieder töten. Ach, du warst das. Ich... Nicht so. Darauf habe ich gewandt. Schon vergiffen? Au. Nein, so nicht. Das wäre zu leicht. Äh, Drecksack? Danke, dass du mit in einer Mission kommst. Das gibt's doch nicht. Das reicht, um den Waldläufer zu töten? Ganz leicht. Sag bloß, du wirst jetzt auch befördert, du pisser Leute. Ernsthaft? Ernsthaft? Ihr blöden Penners. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir nie... Ganz ruhig. Weißt du was? Darauf geschissen. Opsa. Gehen wir erstmal da runter. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Ab in die Geisterwelt. Ah, das ging schnell. Da ist so ein Typ hier wieder. Was ist das? Wir sind bei einer Neuen. Ach, den seh ich nur in der Geisterwelt. Assassin's Creed Style. Na? Na? Ja. Und. Kabumm. Herrlich. Dann schnappen wir uns gleich die Information hier. Dann machen wir den Turm. Dann machen wir die Hauptstory hier. Würde ich sagen. Wo ist sie? Hallo? Ist sie weg? Sau, die Littrik. Wir haben jetzt keine Zeit. Ja, da hinten. Da hat einer eine Info. Merkst du es noch? Du schon wieder. Du schon wieder. Du schon wieder. So, du Penner. Ja, klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Klar, natürlich. Alter. Du bist ein schnellen Tor. Wir sind so fiel für dich. Du bist so fiel für dich. So, zack, die Bohnen. Hä? Hä? Da sagt ihr nichts mehr. Du hast einen furchtbaren Fehler gesagt, mein Läufer. Bleib da. Fuck. Na also. Das gibt's doch nicht. Diese Pissnelke. Alter. So ein Arschloch. Aber für euch gibt's jetzt nix mehr. Was zur Hölle? Deine Leiche wird mir eine Beförderung einbringen. Alter, das gibt's doch nicht. Cool, die machen einen Machtkampf. Okay. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Du bist die Pissnelke. Du. Du bist so ein... Du bist so ein Penner. Das ist ein Mega-Penner hier. Solange dieser Fluch auf uns lassen. Auf ein neues. Und wir aneinander gebunden sind, werden wir gemeinsam in Mordor Schrecken verbreiten. Sauron vertraut auf die Schwäche der Menschen. Auf ihre Machtgier. Ihren Zorn und ihren Hunger nach Ruhm. All diese Wege macht er sich zunutze. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen durch unser Vorhaben, ihn zu vernichten. Nicht zu seinen Dienern werden. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ernsthaft. Alter. Das gibt's doch nicht, oder? Wie kriegst du die bitte... Wie kriegst du die bitte down? Alter! Alter! Alter, diese Dinger sind ja mal übermächtig. Komm ich vielleicht jetzt noch an den blöden Punkt, oder was? Diese schwarzen Hauptmänner haben dich gerufen. Gott sei Dank steigen die nicht auf. Was weißt du über sie? Sind sie Menschen oder Dämonen? Sie waren einst Menschen, doch jetzt sind sie zur Menschengestalt manifestierte Erscheinung in der Macht des dunklen Herrschers. Seine Bösartigkeit, sein Blindwerk und sein Verlangen nach Macht. Mein Gott. Was? 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 Da ist er! Wer ist denn das? Die gute alte Moogluck Da rennt alles rum Ah, da kriegt sie noch Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen Ich lebe in diesen Steinen fort Ah, das ist schön für dich So Wir strotzen vor Quests Aber nur eine Hauptquest und die ist hier Ach, weißt du was? Dem starten wir einen Besucher Stopp Ah, wir können uns verbessern oder was? Elbengeschosse Fokus Ruhnenplatz, Ruhnenplatz, Ruhnenplatz Ah, komm Attribute Warte, halt Aha So Machtkämpfe muss ich abschließen Ah Schattenangriff